Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, mit dem Herzen Fasten, ein Buch von Pater Dr. Slavko Barbaric. Es wird Ihnen vorgestellt. Erinnern Sie sich an Beginn der österreichischen Bußzeit, habe ich gesagt, jetzt mache ich es, dass ich es doch wirklich mal durchziehe, nämlich an den Freitagen der Fastenzeit bei Wasser und Brot fasten. Das Buch von Pater Slavko soll uns da Anreiz dazu geben und es hat ja dann auch wirklich gezeigt, wie wichtig es ist, als dann der Krieg ausgebrochen ist, denn die Mutter Gottes sagt ja immer wieder, auch durch Fasten und Gebet kann man Kriege aufhalten und bewirken, dass sie enden. In der alten Kirche war das Fasten ganz selbstverständlich. Im Pastor Hermas, das ist eine Schrift, bei der man sogar überlegt hat, ob man die in den Kanon der heiligen Schriften aufnehmen sollte, heißt es um das Jahre 150 formuliert, an diesem Tag nimmst du nichts als Brot und Wasser ein. Danach errechnest du die Kosten für die Nahrung, die du an diesem Tag ausgegeben hättest und dieses Geld gibst du einer Witwe, einem Waisenkind oder einem Armen. Damals hat es natürlich noch nicht die Gesundheitsvorsorge und Fürsorge von heute gegeben. Die Menschen waren wirklich ihrem Schicksal ausgeliefert, wenn sie krank, arm und einsam waren. Und da hat man dann ganz konkret gesehen, was das bewirkt, wenn man Brot, Nahrung einem gibt und sich das selber im Mund abspart. Du wirst also auf etwas verzichten, damit andere es bekommen können, heißt es im Pastor Hermas. Sie werden ihren Hunger stillen und für dich beten und den Opfer wird Gott lieb sein. Didache, drittes Jahrhundert, zwölf Apostellehre. Wenn jemand arm ist, soll er fasten und seinen Brüdern das schenken, was in diesen Fasttagen ausgegeben hätte. Augustinus, der bedeutendste Kirchenvater vielleicht überhaupt, zumindest bei den westlichen hat er die Führung. Wird dein Fasten dem Herrn gefallen, wird dein Bruder vergisst, fasten und teilen. Das Gebet, getragen auf diesen beiden Flügeln, bekommt zu einem Aufschwung. Faste also, damit ein anderer statt deiner essen kann. Und auch du sollst dich freuen, dass du deine Mahlzeit einnehmen kannst. Wir müssen darauf achten, dass wir den Bedürftigen, unseren Gott, im Bedürftigen, unseren Gott nicht verachten, der in ihm seinen Hunger stillen will. Ein schöner Gedanke. Im Endgericht heißt es ja auch ausdrücklich, Matthäus 25, ich war hungrig und du hast mir zu essen gegeben. Also wir geben es dann auch letztlich Gott selber. Leo der Große. Das Gebet des Fastens, Gebet des Fastens, interessante Formulierung, ist Gott angenehm und dem Satan furchterregend. Es trägt der Rettung anderer wie auch deiner eigenen Rettung bei. Kein anderes Mittel ist so wirkungsvoll wie Fasten, um uns Gott zu nähern. Schon irgendwie erstaunlich, dass wir diesen Leuten den Titel der Große geben, wie Gregor dem Großen ja auch. Es sind nur zwei Päpste. Einige denken, oh, Johannes Paul II. würde diesen Titel verdienen. Und wir befolgen eigentlich ihre Lehren nicht. Gerade an so zentralen Punkten. Wir dürfen dieses machtvolle Mittel, dieses für unsere Wunden so heilsame Therapie nicht vergessen. Diejenigen, die viel gewonnen haben, sollen auch viel verteilen. Möge das Fasten der Gläubigen zur Nahrung der Armen werden. Und dann vielleicht noch Raoul von Portier um das Jahr 1190. Wenn wir Fasten, empfangen wir Christus, den Bedürftigen, zu unserem Tisch. Ja, ich werde sie mit dem Fasten jetzt nicht in der österreichischen Freudenzeit dann beherrligen. Wahrscheinlich werde ich eher eine Zäsur machen und das dann in der Adventszeit oder in der Bußzeit des nächsten Jahres wieder aufgreifen. Gestern Abend war ich noch im Bildstein. Die Mutter Gottes ist dort während des 30 Jahren Krieges erschienen. Immer wieder fahre ich dorthin, sitze still an diesem Erscheinungsort, reflektiere mein Leben, halte die Hände auf und neue Kraft empfangen. Und dann auf der Rückfahrt hatte ich plötzlich richtig Hunger, habe noch eine Salamisämme mir reingedrückt, im Wissen darum, dass morgen Fasttag ist. Es ist schon, muss man schon ehrlich sagen, sonst würden es ja viele machen, eine gewisse zähe Sache auch, das Fasten. Ja, jemand, der da verantwortlich ist, die mit dem Versagen schuld ist, dass ich jetzt das Thema Fasten so aufgreife, ist unser Redaktionschef Nikolaus Albert. Er hat mir das Buch von Pateslavko empfohlen und ich habe mich dann entschlossen, es Ihnen vorzustellen, weil es schon ein sehr wichtiges, ein probates geistliches Mittel ist, auf dem Weg zu Gott, in der Liebe zu Gott und zum Nächsten voranzuschreiten, wenn man den Verzicht übt, um dann eine größere Freiheit zu bekommen. Es geht natürlich jetzt nicht um den Verzicht des Willens auszuüben, sondern um das Positive zu sehen. Nikolaus, Sie sind da verantwortlich. Das ist eine schwere Last, ich merke es, ja. Sie sind wirklich ein Vorbild für mich. Sie fasten konsequent, Mittag und Freitag bei Wasser und Brot. Und ich bekomme es ja mit. Ich frage immer noch Nikolaus, wie geht es denn so an Redaktions... Es war gerade eine große Besprechung mit ihm und unserem Mediencoach, dem früheren Chefredakteur von Antenne Bayern, Herrn Günther Lindinger. Und ich frage dann immer Nikolaus, schaffen Sie es noch? Redaktionsstatut, das liegt schon seit Jahren dort, dass man das grundsätzlich überarbeitet. Dann der Mariaton. Sie haben gar keine Ahnung, was das für eine Organisation ist. 110 Leute müssen eingeteilt werden. Sie haben es richtig verstanden. 110. 50 Ehrenamtliche, 60 Hauptamtliche. Natürlich macht er das nicht allein. Aber er muss einen Überblick haben. Dann haben wir noch die Airchecks. Also man muss schauen, wie die Leute aufgestellt sind, wie sie weiterentwickeln können. Das heißt, wir hören Sendungen durch. Wir besprechen die Moderation. War sie gut? War die Musik gepasst? Ist das ein Nutzwert, der für die Hörer dabei rüberkommt? Und vieles weitere mehr. Also das wird alles mit den Leuten geübt. Für den einzigen Zweck, dass sie dann wirklich ein gutes, ein ansprechendes Programm haben. Nikolaus, wenn man all das, jetzt haben Sie ja noch ein kleines Kind. Ich höre immer, wenn Sie nach Hause kommen, dann ist er vollkommen aus dem Häuschen, bis er bei Papa sein darf. Sicher eine Erfüllung in dem Leben, die Sie so noch nicht gehabt haben. Wie schaffen Sie das alles dann bei Wasser und Brot an zwei Tagen? Das war ja früher die Nahrung für Leute im Gefängnis bei Wasser und Brot. Wie man das schafft? Sind Sie da aufgeregt? Ja. Unruhig? Also ich habe ja das Buch von Pater Slavko empfohlen. Ich sage mal so, es gibt eine Stelle, da beschreibt er ein Gespräch, das er mit einer Frau gehabt hat, die ihm gesagt hatte, ich kann nicht fasten, denn wenn ich faste, dann ist es so, dass ich schlechte Laune habe. Ich bin gereizt, nervös und so weiter. Und Pater Slavko hat sie gefragt, wie ist es, sind Sie nur gereizt und nervös, wenn Sie fasten? Dann musste sie nachdenken und hat gesagt, nein, das kommt häufiger vor. Dann hat sie gesagt, naja gut, dann können Sie auch weiter fasten. In dem Sinne ist das tatsächlich so. Ich glaube, wenn man beginnt zu fasten, merkt man, es kommen einem sehr viele Argumente, wieso man es nicht tun sollte. Ich bin gereizt, ich bin nervös, aber wir müssen tatsächlich zugeben, es gibt viele Situationen in unserem Leben, wo wir uns etwas auferlegen, was auch dazu führt, dass ich danach gereizt bin. Beispielsweise, ich schaue später am Abend noch Fernsehen. Ich verzichte auf ein paar Stunden Schlaf vielleicht sogar, je nachdem, wie lang es ist. Ja, da gibt es super viel. Die eine oder andere Stunde Schlaf geht vielleicht dadurch drauf. Und ich bin am nächsten Tag vielleicht dann auch gereizt und nervös, aber ich habe das Fernsehschauen noch nicht in Frage gestellt. Und am Fastentag, das stelle ich sehr schnell in Frage, braucht es das wirklich? Kann ich jetzt so die Liebe leben oder nicht? Auf solche Dinge werde ich gerade durchs Fasten auch aufmerksam. Das hilft mir dabei. Erleben Sie eine größere innere Freiheit, Nikolaus, durchs Fasten? Ich denke, ja. Es fehlt halt immer der Vergleich, wie es wäre, wenn man nicht gefastet hätte. Wenn man diese Übung nicht gemacht hätte. Aber ich würde sagen, ja, klar. Und die innere Freiheit ist das eine. Und das andere ist, man lernt sich selbst kennen. Nein, also da haben mir die Fastentage wirklich geholfen, mich selbst kennenzulernen, meine Emotionen kennenzulernen. Okay. Also es gibt ja diese vielen kleinen Dinge. Sie wissen, ich frage knallhart nach, welche Emotionen. Ja, es kann bis zur Aggression tatsächlich sein. Ja, aber man lernt durchs Fasten damit umzugehen. Das auf jeden Fall, ja. Sie haben es ja vorhin erzählt, vom Salamibrot, in das man reinbeißt. Oft ist das, glaube ich, auch eine Situation der Ablenkung. Es funktioniert gerade im Etwas nicht. Ich merke das immer, wenn kein Fastentag ist, im Büro etwas nicht funktioniert, dann hole ich mir erst mal einen Kaffee. Okay. Es ist so eine willkommene Ablenkung, sage ich mal. Danach kann man wieder darüber nachdenken. Am Fastentag merke ich diese Abhängigkeit von dieser Ablenkung, die da ist. Und zu überlegen, wie gehe ich jetzt eigentlich mit dieser Situation um? Vielleicht auch die Frage, wo steht Gott eigentlich in diesem Ganzen? Wenn eine Enttäuschung da ist, ist zuerst der Kaffeeautomat da oder ist zuerst Gott da? Also viele dieser Fragen kann man sich am Fastentag stellen. Herzliche Einladung, das auszuprobieren. Ja, danke, Nikolaus. Heute, ich lese gerade so dieses Buch von Sarah Young, Liebesbrief von Jesus. Die Formulierung ist ein bisschen unglücklich, aber die Gedanken sind super. Und der Herr sagt zu ihr, dann flüstere immer wieder meinen Namen am Tag über. Also auch so eine geistliche Übung, gerade wenn es man richtig heftig reinzieht. Und das ist bei uns in dieser Chefposition, in der Leitungsposition heute öfters der Fall, dass sehr unerquickliche und ungute Dinge aufschlagen, die gelöst werden müssen. Immer wieder auch dann, Herr, du bist hier, du bist da, dann das Denken, ihn anrufen. Also bei mir ist nicht unbedingt dann der Kaffee, den ich mir da reinziehe, aber es sind vielleicht andere Ersatzdinger dann. Ja, danke, Nikolaus, dass Sie jetzt doch auch... Einen Tipp hätte ich noch, ein Programm-Tipp. Am Montag, 19.45 Uhr, Abend der Jugend, da wird auch das Fastenthema sein. Da ist eine katholische Theologin vom Gebetshaus Augsburg auf Sendung und ein Imam, weil der Ramadan hat jetzt ja angefangen. Das bedeutet, beide werden sich darüber unterhalten, wie ist das Fasten im Muslimischen, wie ist es im Christlichen, wo sind Unterschiede, wo sind Gemeinsamkeiten. Ich denke, das wird auch sehr aufschlussreich, 19.45 Uhr am Montagabend. Ja, klasse, gut. Danke, Nikolaus, auch bei den Jugendsendungen sind Sie richtig dran, dass die gut werden. Das ist einfach alles immer mit Einsatz verbunden. Das ergibt sich nicht von selbst und ich freue mich, dass Sie diesen Einsatz bringen. Stellvertretend danke ich Ihnen für unsere Redakteurinnen und Redakteure, die, wie ich schon kurz gesagt habe, eine wirklich schwierige Zeit hinter uns, hinter sich haben. Durch Covid waren wir oft sehr einsatzgeschwächt, also wirklich richtig Ausfälle in der Redaktion. Es ist dann alles gut gegangen, wir konnten es gut überbrücken, aber jene, die dann noch da waren, auf die ist schon einiges zugekommen. Ich danke Ihnen für jedes Gebet, für jedes Opfer, für jedes Fastenopfer und bitte auch weiterhin, weil wir erleben schon, dass die Spenden jetzt durch die Umstände der Zeit einigermaßen zurückgegangen sind. Wir bitten weiterhin, dass Sie uns treu die Stange halten. Bitte vergessen Sie uns nicht bei einem Fastenopfer und so segne und behüte Sie der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Zeit. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Zeit.